Herzlich willkommen zu Deutschland akut, der Welttalk. Heute bei mir Christiane F., das Mädchen vom Bahnhof Zoo. Das ist jetzt fast 40 Jahre her, aber Christiane F. ist immer noch Deutschlands bekanntester Junkie. Wir wollen sprechen über ihr Vermächtnis. Was können wir im Umgang miteinander von ihr lernen? Welche Impulse lassen sich aus ihrem Leben für die aktuelle Drogenpolitik ableiten? Und ist es eigentlich richtig, dass ihr Buch, die Kinder vom Bahnhof Zoo, heute noch Pflichtlektüre in vielen deutschen Schulen ist? Erinnern Sie sich eigentlich noch an den Stoff? Der Bahnhof Zoo in Berlin. Bis Ende der 80er Jahre Brennpunkt der Fixer-Szene. Erschütternde Heroin-Schicksale. Auch das von Christiane F. Seit ihrem Buch, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, kennt sie ganz Deutschland. Junkie mit Promi-Status. Mit 13 gerät sie auf die schiefe Bahn. Und selbst 38 Jahre danach zerstört die Sucht ihr Leben. Warum gibt es für so viele Menschen keinen Weg aus der Abhängigkeit? Und kann die Lebensgeschichte von Christiane F. die Jugend warnen? Darüber diskutieren wir jetzt. Der Sozialpädagoge und Drogenberater Christian Hennes findet es schlimm, dass Christiane F.s Buch noch immer in Schulen gelesen wird. Es sei schließlich auch ein Symbol einer verfehlten Drogenpolitik, sagt er. Die Journalistin Sonja Vukovic findet es richtig und wichtig, sich auch heute noch intensiv mit dem Stoff zu befassen. Deshalb hat sie das Buch Christiane F. Mein zweites Leben mitgeschrieben und dabei ein ganz neues Bild des einstigen Junkie-Stars gezeichnet. Und ganz herzlich willkommen auch nochmal Christiane F. Die sagt, lieber erzähle ich doch meine eigene Geschichte, als weiter mit ansehen zu müssen, wie sich die Leute was ausdenken. Na, dann also los. Christiane F. Ist eigentlich komisch, dass man immer sagt, Christiane F.? Ich habe mal mit Klinsmann geredet, der fand es ganz unmöglich, dass er immer Klinsy ist. Wie würden Sie gerne angesprochen werden wollen? Natürlich mit meinem ganzen Namen. Oder nur mit Christiane? Ja, auch gut. Wir einigen uns auf Christiane. Ja, ganz genau. Das finde ich klasse, weil ich fand auch schon in den Vorwert, Christiane F. ist irgendwie seltsam. Das macht man nie. Aber es war ja am Anfang so, dass ich wirklich nicht bekannt werden sollte, wegen... Und jetzt ist ausgerechnet das der Markenname. Irgendwie komisch. Ja, richtig. Weil das hat ja niemand gewusst. Also die Manuskripte sind abgelehnt worden von den großen Verlagen. Das ist ein Randthema. Das interessiert niemanden und man hat mich versucht zu schützen. Weshalb ich auch bei den Präsentationen des Buches und der weiteren Vermarktung, da war ich überhaupt nicht dabei. Jetzt ist es ja so, dass ganz, ganz viele Millionen Menschen an Ihrem Schicksal Anteil genommen haben. Das fast miterlebt haben, gelesen haben, darüber diskutiert haben. Und deshalb kann man eigentlich sagen, Sie haben viel Schlimmes erlebt, viel durchgemacht. Sind Sie heute glücklich? Nee, ich bin nicht wirklich glücklich mit der ganzen Sache. Ich wollte auch kurz sagen, dass ich zwischen diesen beiden Menschen sitze. Also Sonja hat mich ganz lange überreden müssen. Denn ich sehe das auch als eine verfehlte Drogenpolitik und es gibt überhaupt nichts zu realisieren an mir. Es hat sehr lange gedauert, bis Sonja gesagt hat, wir müssen irgendwas machen. Und die Einsicht ist da. Aber ich war doch auch lange der Meinung, das können wir gar nicht mehr. Ich habe das nicht erfüllt. Ich bin nicht erklingen geblieben. Verstehe, da kommen wir noch drauf, auf die einzelnen Punkte. Aber ich will noch mal auf diese, ja eigentlich ganz einfache Frage, glücklich. Was fehlt Ihnen zum Glücklichsein? Puh, dazu würde ein bisschen mehr No-No, also dass ich nicht so bekannt bin. Da würde auf jeden Fall dazugehören. Gab es einen Moment in Ihrem Leben, wo Sie sagen, da war ich echt glücklich? Oh ja, natürlich, sonst würde ich gar nicht mehr... An welchen erinnern Sie sich? Ach Gott, vor allem meine vielen Reisen, die ich nicht missen möchte. Ich muss das auch nicht mit einem Fotoapparat alles abhandeln. Ich habe das alles intus, das kann mir niemand nehmen. Dazu gehören auf jeden Fall die ganzen Auslandsaufenthalte, um überhaupt mal reflektieren zu können. Wo stehe ich, genau, wo bin ich und da waren viele glückliche... Wenn Sie sich heute selbst beschreiben müssten, wer ist die Christiane F. 2013? Immer noch eine unstete Frau, die ihren Frieden sucht. Daran hat sich also wenig geändert? Ja, also ich habe ja am Anfang, als ich jung war, nicht unbedingt Frieden gesucht, sondern schon. Also als das rauskam, also als die Bravo damals das erste Mal kam... Das ist eine interessante Frage. Was haben Sie eigentlich gesucht? Das habe ich nie verstanden. Ich auch nicht. Ich wusste auch nicht, was die Leute von mir wollen. Also ich habe einfach nur den beiden Journalisten mein Leben erzählt. Und es gab keinen Verlag. Und ich dachte, dass dieses Buch, ja, was man sich eben so vorstellt als 14-Jähriger, das wird ein Buch von vielen sein, was in einer Bibliothek man sich ausleihen kann. Aber an Presse, Medienrumme habe ich überhabe ich gedacht. Gut, es kam dann ein bisschen anders, Christian Hentz. Wann haben Sie zum ersten Mal vom Schicksal von Christian E. verfahren? Ich denke mal, als das Buch rauskam, wir sind ja gleicher Jahrgang, und weil ich das Thema Drogen hochinteressant fand als Teenager schon... Was hat das Buch bei Ihnen ausgelöst? Schock, Ekel, Faszination, kann ja alles sein. Nee, weder Schock noch Ekel und vielleicht auch keine Faszination, sondern es war einfach ein Einblick in eine andere Welt, die ich nicht kannte. Und es war spannend, wie offen eine Gleichaltrige ihre problematische Lebensgeschichte erzählt. Als Sie angefangen haben mit, dass ich dagegen wäre, dass das als Pflichtdektüre abgehandelt wird, da ist ja immer die Frage, mit welcher Zielstellung. Also wenn jetzt irgendein Lehrer denkt, ja, wenn wir das Buch lesen, dann sind die dagegen geimpft, irgendwie sowas zu machen, das ist natürlich ein Quatsch. Aber auf der anderen Seite finde ich das Buch ganz spannend und nach wie vor für junge Leute hochwertvoll zu lesen, weil das ein Schicksal beschreibt, eine Zeit beschreibt, Umstände beschreibt, wo sich teilweise auch gar nicht so viel geändert hat. Ich würde sagen, es hat sich alles geändert. Und diese finde ich eine kühne These. Also mir kommt es so vor, heute Christiane F. zu lesen ist, als würde man Jungs das Endspiel von 1954 vorführen und sagen, so spielt man Fußball. Nee. Weil, wie sucht sich... Drogen sind anders, die Umfelder sind anders. Sie sind der Experte, bitte legen Sie mich. Es gibt ein paar mehr Drogen, aber die Heroinproblematik ist die Heroinproblematik. Und wer heroinabhängig ist, ist in der gleichen Bredouille, wie Christiane es damals war. Und zwar, die Möglichkeiten haben sich geändert von heute im Vergleich zu den 80er Jahren. Gott sei Dank haben sich die Verhältnisse auch verändert durch den Einsatz von vielen Leuten. Die wollten, dass auch für Leute, die Drogen nehmen, ein menschenwürdigeres Leben möglich ist. Und dass denen mehr Möglichkeiten der Hilfe und der Behandlung eröffnet werden, als einfach nur höher auf. Und nehmen das, was dir hier angeboten wird, das war eben bis Mitte der 80er Jahre so. Und dann hat sich da deutlich was geändert. Sonja Bukowitsch, man kann es sagen, ich glaube, man sieht es auch ein bisschen, jedenfalls im Vergleich zu mir. Sie sind die Jüngste in der Runde. Als Sie auf die Welt kam, gab es die Kinder vom Bahnhof Zoo schon längst. Warum hat Sie der Stoff später dazu gekommen und später reingelesen, trotzdem fasziniert? Naja, weil ich glaube, dass es eigentlich in Wahrheit gar keine Drogengeschichte ist in dem Sinne. Sondern? Sondern es ist eigentlich ja die Geschichte von einem heranwachsenden Menschen, der familiär vernachlässigt wird, der sozial verwahrlost in dem Rahmen, in dem er leben muss, der auf der Suche nach einer Peergroup ist und scheinbar eine Lösung findet und sich eigentlich dabei selbst verliert. Und ich glaube, und da muss ich dann eben unterstützen, ich glaube, da hat sich bis heute auch nicht viel geändert. Das passiert Jugendlichen immer wieder. Und es geht gar nicht so sehr eben um die Droge, sondern es geht um eine Sucht, die, es wurde auch in einer Ehre-Sendung schon mal gesagt, die von einer Suche her rührt nach etwas, nach einer Erfüllung. Und das kann man auch auf eine Esssucht oder auf eine Magersucht oder Sport oder Arbeitssucht auch umlegen. Und ich glaube, das ist das Faszinierende und darum könnte ich auch sehr viele Menschen mit Christiane bis heute identifizieren. Christiane, haben Sie sich eigentlich jemals als Vorbild betrachtet? Nein, und ich hatte auch immer Angst, dieser Rolle überhaupt nicht gerecht werden zu können, weil natürlich kamen Fragen, was wäre denn eigentlich gewesen, wenn das Buch nie erschienen wäre. Ich hätte niemals das Geld gehabt oder irgendwas. Also ich wäre einfach als kline Frau wahrscheinlich, weil man kann es schlecht sagen, aber es ist schwer für mich. Wenn die beiden recht haben, was ich jetzt einfach mal glaube und mit dem Widerspruch aufhöre, dann ist es aber ja doch so, dass aus dem Buch man viele Erkenntnisse auch heute als junger Mensch ziehen kann. Welche Lehre aus Ihrem bisherigen Leben würden Sie gern weitergeben? Warum sollen junge Leute sich aneignen, sich damit befassen? Also wenn ich selbst angesprochen werde, was ja oft genug und jeden Tag auch passiert und auch immer wieder junge Leute dabei sind, die auch dann das Gefühl haben, wenn sie mich ansprechen, du, ich bin seit einem Jahr drauf, das erzählen sie auch alles ganz offen. Und ich damit einfach nur noch sehr schwer umgehen kann, weil ich bin 50 und diese Mädchen sind 15 und immer wieder auf das zurückgeworfen zu werden, ist auch schwierig. Deswegen nennen sie mich Christiane und nicht Frau Felcherino, weil ich bin über 50, habe mich aber daran gewöhnt, geduzt zu werden. Und dass ich gar nicht so richtig aus diesem Dilemma Christiane F. herauskomme und dass sie eben auch die Idee war, mit dem zweiten Buch das mal ein bisschen zu erklären. Wenn, was ich verstehen kann, es schwerfällt, selber eine solche Lehre zu definieren, weil Sie sprechen damit ja immer über einen wichtigen Teil Ihres Lebens. Welche würden Sie sehen als die jetzt enge Vertraute, darf man ja glaube ich sagen, in welche Lehre können junge Menschen aus dem Leben und den Erfahrungen von Christiane F. ziehen? Also ich denke, die wichtigste ist auf jeden Fall, dass er Christiane sehr offen auch tatsächlich über die Folgen auch spricht, die so eine jahrelange Opiatabhängigkeit auch nach sich zieht. Und natürlich ist es uns auch ein Anliegen gewesen, da auch irgendwie aufmerksam drauf zu machen und für zu sensibilisieren. Das erste Buch hat ja, man kann auch, also Christiane würde sagen, leider so ein bisschen einen romantischen Touch. Also viele fanden das halt eben doch sehr faszinierend, haben diese Geschichte zwischen Detlef und Christiane interpretiert als eine Hölle, die man wenigstens in Zweisamkeit durchsteht. Und das zweite Buch soll dann doch zeigen, dass es halt nicht so einfach abgehandelt ist und auch, dass nur, weil man am Ende an einem anderen Ort lebt, wie das bei Christiane ja dann am Ende des ersten Buches war, dass sie nach Kaltenkirchen zu der Oma zog, dass deswegen die Sucht noch lange nicht beendet ist und dass das fatale Folgen haben kann. Sie haben einen 17-jährigen Sohn, hat er Ihre Bücher gelesen? Ja, er hat er. Ich habe ihm das ab, seitdem er zwölf ist, ihm das angeboten. Das hat dann aber nochmal zwei Jahre gedauert, bis er sich das von alleine nahm. Ich habe dann ab und zu auch mal nachgesehen, doch, er hat ein Viertel geschafft, aber anders wie andere Jugendliche, die das gleich in einem Rutsch durchlesen, habe ich das bei meinem, ich habe darüber nicht mit ihm gesprochen. Ich dachte, er kommt schon von allein. Kann man nie? Keine Frage? Nein, eigentlich nicht, weil es wird heute tatsächlich alles sehr gut auch in den Schulen aufgefangen. Zumindest dort, wo mein Sohn geht. Also er ist in der Gesamtschule und jetzt auf dem Gymnasium. Muss ich sagen, ist er doch sehr, sehr gut vorbereitet worden. Prävention, es ist was passiert, auf jeden Fall. Damals war man ja so ganz draußen raus. Also die meisten Sachen waren ihm recht gut bekannt already. Also kannte er von der Schule. Also Mama konnte ihm nicht mehr wirklich was Neues mitteilen. Nein, nicht wirklich. Nein, belehr mich nicht. Ich weiß das alles. Für Sie ist, Christiane F., ja, man ist noch wertvoller, es zu lesen, die Kinder vom Bahnhof oder wir Kinder vom Bahnhof Zoo, aber Sie haben auch formuliert, es steht als Symbol für eine falsche Drogenpolitik. Was ist daran falsch? Damals wurden Objadabhängige noch viel mehr alleingelassen mit ihrer Problematik. Da wurde man eben in erster Linie, wurde es verboten, was man tut. Man wurde verfolgt und wenn man geschnappt wurde, wurde man bestraft. Und wenn man nach den Regeln der Gesellschaft tanzen wollte, dann durfte man eine Drogentherapie machen, vielleicht mit Haare abschneiden und eine lila Latzose anziehen. Dann hat sich was geändert, Mitte, Ende der 80er Jahre mit der Aids-Krise. Da ist dann die Gesellschaft drauf gekommen, dies ist auch für die Normalbevölkerung ein großes Problem. Oder könnte es werden, da müssen wir darauf aufpassen, dass gefährliche, ansteckende Krankheiten nicht in die bürgerliche Welt reinrutschen. Das war im Grunde genommen das und nicht Mitgefühl oder Klugheit. Das war dann der Grund, warum es dann auf einmal erlaubt war, sterile Spritzen zu verteilen. Denn das war bis in die Mitte der 90er Jahre verboten. Dass es dann auf einmal niedrigschwellige Angebote gab, wo, und das war ziemlich revolutionär, Abhängige hingehen konnten, ohne Vorbedingungen. Also auch ohne sagen zu müssen, ich bereue und ich will aufhören und ich entgifte und ich mache Therapie. Sondern wo sie einfach kommen konnten und nach ihren Bedürfnissen, medizinisch, sozialarbeiterisch, wie auch immer, Hilfen in Anspruch nehmen konnten. Und das war die große Veränderung. Also der richtige Ansatz sozusagen im Vergleich zu der falschen Herangehensweise in der Zeit. Nein, nein, aber die sagen ja dann immer, es werden immer mehr, so die dann dahin kommen. Ja, und das war eben nicht der Fall. Also der richtige Ansatz war zu gucken, was braucht die Gesellschaft und was brauchen die Betroffenen. Und das dann zu bieten, ohne dass man die moralischen Vorbehalte unter dem Motto, aber die sollen das doch eigentlich, die sollen das eigentlich lassen. Dass man diese Idealvorstellungen von der drogenfreien Gesellschaft, die es also in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nicht gab, dass man diese moralistischen Ideale, die da postuliert wurden, dass man sich langsam traute, das fallen zu lassen und zu verändern. Okay, also insofern ein Veränderungsprozess zum Besseren. Wenn Christiane F. auf die Tiefpunkte ihres Lebens blickt, dann haben die immer etwas mit Männern zu tun. Schläger, Dealer, Freier, Stricher. Wie verändert sowas eigentlich, wie prägt sowas eigentlich das Männerbild einer Frau? Das ist das Thema in die zwei. Zwei Minuten mit Christiane F., dem einstigen Mädchen vom Bahnhof Zoo über Männer. Christiane, waren Sie eher ein Papa oder ein Mama-Kind? Eher ein Papa-Kind. Welcher Mann hat Ihnen am meisten wehgetan? Mein Vater. Wodurch? Ja, ich durfte nicht zur Schule, wenn das Auto repariert werden musste. Die Gewalt, die Oberherrschaft über meine Mutter, Schläge. Und leider Gottes ja dann auch meine Freunde, weil man fällt ja in so ein Schema. Und sucht sich dann irgendwo. Ich glaube, man sucht gar nicht. Also es ist ganz schrecklich, es ist ganz furchtbar. Und seitdem mir das bekannt ist, ich lebe seit über zehn Jahren männerfrei. Ich fühle mich wunderbar. Ja, ich habe keine Freunde mehr. Ich will keinen. Ich brauche keinen Sex. Welchen Mann haben Sie vertraut? Meistens Männern, mit denen ich keinen Sex habe. Das ist eine interessante Definition. Wenn Sie mit Ihrer ganzen Erfahrung, extremen Erfahrung, sagen müssten, Männer sind, wie geht der Satz weiter? Mutter, Söhnchen. Sie haben etliche berühmte Männer kennengelernt. David Bowie, Lauriot, Patrick Süßkind. Welche hat Sie am meisten beeindruckt? Ach, das kann ich jetzt gar nicht so schnell beantworten. Da sind vielleicht zu viele Leute getroffen. Sie werden Sie am meisten enttäuscht. Kann ich auch so nicht sagen. Also, weil das habe ich eigentlich noch nie so selbst für mich reflektiert. Weil das würde ja dann bedeuten, dass ich mich auf eine bestimmte Person mich darauf einlasse und den dann hasse oder liebe. Weil im Moment ist das so, dass Sie seit über zehn Jahren das alles ganz weg haben, weil ich immer wieder auf die gleiche Art und Weise enttäuscht werde. Haben Sie von Männern nach Ihrem großen Buch erfolgt, dass Sie ja auch irgendwie zum Star gemacht, unmoralische Angebote bekommen? Selbstverständlich. Viele? Viele. Ich glaube, das passiert jeder normalen Frau. Jeden Tag. Was für ein Typ Mann soll Ihr Sohn werden? So wie er ist? Wie ist er im Moment? Muss ich Ihnen noch? Also, die Fragen kann ich so nicht verantworten. Wir sind zurück in der Runde. Aber doch, vielleicht können Sie es. Ihr Sohn. Welcher Typ Mann soll der denn werden? Wie soll er werden? Also, erst mal finde ich ihn gut, wie er ist. Ja, er hat jetzt eine erste Freundin und kümmert sich gut wohl um sie. Ja, also, ich möchte nicht, dass er schlägt. Dass er zuschlägt, das wird er nicht. Kann er nicht. Geht gar nicht. Also, daher mache ich mir keine Sorgen. Haben Sie mit ihm über Drohproblematiken geredet? Jetzt abseits von der Lektüre des Buches? Nein, nie. Nie? Ehrlich gesagt. Und kommt Ihnen das nicht komisch vor? Nein. Also, ich muss Ihnen ehrlich stehen, bei uns ist das Zuhause einfach ein normales Leben. Der kommt von der Schule nach Hause, in der Grundschule. Also, ja, dass Mama drogenabhängig war oder irgendwas, vielleicht hat er das mal geahnt, weil er hört ja, die Kinder sind ja nicht blöd. Also, ich habe ja auch mal Interviews gegeben. Es stand ja doch immer mal wieder die Bildzeiten vor der Tür. Aber er merkt einfach, da gibt es nichts zwischen uns. Ich habe mit meiner Mutter ein anderes Ding. Und glauben Sie, er nimmt welche? Mein Sohn nimmt genauso viele Drogen wie jeder andere Gymnasiast auch. Mehr oder weniger. Nach Ihrer Erfahrung ist das wie viel? Ja, das ist eine sehr, sehr raffinierte Definition über den Drogenkonsum des eigenen Sohnes. Aber was sagen Ihre Erfahrungen dazu? Also, wie viel nimmt denn dann der durchschnittliche Gymnasiast in Deutschland? Da gibt es Statistiken. Und den Durchschnittsgymnasiasten gibt es natürlich nicht, sondern da gibt es welche, die machen Sport und sind aktiv in der Kirchengemeinde. Und es gibt andere, die kiffen und nehmen Ecstasy und ziehen Speed. Und die 25 Prozent der Bevölkerung, der Erwachsenenbevölkerung haben schon mal illegale Drogen genommen. Unter den jungen Leuten sind es mehr als unter den 70-Jährigen. Die Zahl der Leute im mittleren Alter, ich rede von den illegalen Drogen, wenn wir uns dann die 70-Jährigen angucken, dann sind die alle gut abgefüllt mit Alkohol und Benzodiazepin. Auch in der Gruppe der über 50-Jährigen werden immer mehr Substanzen genommen, die nach wie vor illegal sind. Haben Sie selbst auch Drogenerfahrungen? Ich finde, eine Drogenbiografie pro Sendung reicht. Das ist kein Nein, ne? Also Vorsicht, das ist kein Nein. Das ist kein Nein. Aber ich akzeptiere Ihr Argument. Ich akzeptiere Ihr Argument. Machen wir es auch so wie Lady Gaga, sie spricht immer in der Vergangenheit. Ja, also vor 14 Tagen habe ich aufgehört zu kippen. Guck, und das ist eigentlich eine spannende Frage, weil die gesellschaftliche Situation im Moment ist nicht so, dass man damit hausieren gehen kann. Frau Felscherino, die hat die Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn man sich da outet und es ist in der heutigen Gesellschaft und je nachdem... Also es ist das am längsten umschriebene Ja in einer Talkshow? Nee, das ist eine... Wissen Sie, dass wir richtig dumm gegenüber all den Leuten, die im Gefängnis sitzen, weil sie irgendwann mal gezwungen waren, Ja zu sagen. Es wird verfolgt und verhaftet und eingesperrt und aufgehängt. Mit einem intensiven Blick auf Sie formuliere ich eine These und bitte um Widerspruch oder Zuspruch. Ich bin also der Einzige in unserer Runde, der keine Drogenerfahrung hat, ja? Ja, ist das so. Weil ich habe im Moment das Problem, ich muss meine Urinkontrollen abgeben, ich darf auch kein Joint rauchen, sonst bekomme ich keine... Sie müssen viele Medikamente nehmen, ne? Nein, ich bekomme nur meinen Methadon, 4 Milligramm am Tag und das war's. Aber ich darf kein Hasch rauchen, kein Marihuana rauchen und das bedeutet für mich, dass ich im Kreise der Medienmenschen und überall nach Hause gehen muss abends. Ach, weil dort jeder... Es wird ja immer schlimmer für mich, ja? Also in meinem Fall stimmt das wirklich nicht. Na, dann sagen die Ihnen nicht. Dann sagen die, Herr Strunz, gehen Sie mal nach Hause, wir kiffen uns jetzt hier rein. Ihr Buch hat, wenn ich das an der Stelle sagen darf, Ihr Buch hat da sogar Einfluss darauf. Ich gehöre zu den naiven Kleinstadtkindern, Jugendlichen, die das gelesen haben und für mich war klar, wenn man mit einem Joint anfängt, drückt man sich irgendwann Heroin in die Adern, was ja wirklich falsch ist und ein naiver Quatsch. Für mich war das so und das wollte ich nicht und dann habe ich es sein gelassen. Also ich habe wirklich noch nie in meinem ganzen Leben sehr zur Belustigung eines Teiles meines sozialen Umfelds da keine Erfahrungen damit. Eine Frage habe ich noch, eine allerletzte Frage. Sind Sie eigentlich reich im wirtschaftlichen Sinne? Also ich möchte mal so sagen, weil ich bin ja schon rumgekommen. Verglichen mit allen anderen Reichen sind Sie nicht reich. Ich bin auf jeden Fall, bin ich reich in dem Sinne, dass ich mir nicht überlegen muss, wenn ich an einer Fleischtheke stehe, ob ich mir heute vielleicht kein Filet leisten kann. Das gibt es nun nicht. Also ich kann ja doch wenigstens noch einkaufen gehen, ohne zu gucken. Heute habe ich nur 10 Euro. Also die meisten meiner Freunde müssen alle so rechnen. Ich bin eigentlich die Einzige, die ein bisschen noch über Geld fasselt. Also das heißt, diese Zahl, die mal im Raum stand, paar hunderttausend Euro, sind noch da. Habe ich nur für mein persönliches Leben ausgegeben. Ich besitze kein Haus, ich habe kein Auto. Überlegen Sie sich mal, alleine das Auto, die Versicherung, der ganze Street, das verfresse ich im Monat. Oder beziehungsweise fahre ich mal Taxi. Von Eliette von Karajan, der Frau des großen Karajan, stammt der schöne Satz, ich lächle, wenn ich zum Geldautomaten gehe. Das hat sie mal zu ihrem Reichtum gesagt. Vielleicht gilt es irgendwie auch für Christiane F. Einmal will ich es noch sagen. Danke für die Diskussion, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind bei Deutschland akut. Der Welttalk, immer mittwochs auf N24. Untertitelung des ZDF für funk, 2017